assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh liebe geschwister in diesem video zeigen wir euch inshallah ta'ala oder wir übersetzen was sheikh adnan al-ar'ur hafizhuallah ta'ala halt damals schon ungefähr vor sechs sieben jahren in einer debatte halt in london hier bei diesem kanal al mustaqillah halt gesagt hat als er eine debatte geführt hat mit einem schiiten halt 17 18 nächte haben die eine debatte geführt und dieses programm liebe geschwister bei diesem kanal al mustaqillah wird jedes jahr kommen halt schiiten und sunniten zusammen und machen eine debatte ja und die das programm heißt al-hiwaar al-sarih es sehr zu empfehlen ja jedes ramadan halt bei diesem kanal findet dieses debatte statt und vor sechs sieben jahren als scheikh adnan al-ar'ur hafizhuallah in london halt eingeladen wurde von scheikh doktor mohammed al-hashimi ja dann hat er eine debatte geführt mit einem schiiten unwissenden schiiten natürlich die schiiten senden keine ulema gelehrten hin nur unwissende ja weil die ja nichts zu sagen haben geschwister ja weil dieses kanal ist frei und jeder kann hierher kommen ja von den schiiten von aus aller welt ja aus kum aus und so weiter und so fort aber keine kommt weil die ja halt keine chance haben gegen scheikh adnan al-ar'ur hafizhuallah ta'ala hier erklärt uns scheikh adnan al-ar'ur wie die schiiten die menschen die armen menschen halt täuschen als erstes wie machen die schiiten dawa ja erst mal was sind die 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 schritte für deren dawa von den armen und unwissenden menschen von ehl des natuels jamaa und hier vor sechs sieben jahren wie gesagt wandt scheikh adnan al-ar'ur die ägypten wandt scheikh adnan alle islamischen länder vor diesem vor diesem sekte vor dieser schiitische sekte dieser rafel die sekte diese majussi sekte ja wir übersetzen inshallah ta'ala was die schritte was sind die schritte der schiiten bei deren dawa inshallah wir hören zu al kadiya ayyuhal ikhwan bis sara ha anna sa abuha biha scheikh adnan sagt ich weil es keine sinn mehr hat mit dem mit dem der nie im sitz ja weil er nie redet und er macht taqiyah da sagt er es hat keinen sinn ich werde jetzt sagen was sind die schritte der schiitze halt zu deren mذهab auwelle schritte die schritte die schritte die schritte die schritte ist dass die schritte ist dass die schritte und äh 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 jajfar assadig der zohn von muhammed al-bakr ja verflogen die schritte ja weil die halt die ähle beit gehast haben aber die kommen heutz tag mit dem maske halt dass wir ähle beit lieben und so sagen die die um die um von ihnen zu zerstören kehren wir nochmal zurück was der scheech adnan gesagt hat er sagte der erste schritte ist Das heißt, dass die Leute, dass die Schiiten Ahl al-Bait lieben. Das ist der Herr, der die Schiiten Ahl al-Bait liebt. Und dann fallen die in die Falle rein. Der zweite Schritt ist, dass die sagen, Ahl al-Bait wurde ungerecht getan und die wurden geschlagen und so weiter und so fort. Natürlich in der Lüge alles, damit die die Leute traurig machen und damit die die Leute halt auf diesen Hass in diese Leute erwecken, mit dieser Trauer. Erstmal sagen sie, wir leben Ahl al-Bait und dann sagen sie, Ahl al-Bait wurde ungerecht getan. Dann fangen die Leute an zu heulen und zu weinen, weil die ja kein Wissen haben, weil die alle Juhal sind. Das ist der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist sehr wichtig. Er sagt, der dritte Schritt der Schia ist, zu deren Daua ist Tashkik. Tashkik heißt diese Strategie und nämlich die Strategie ist, dass die auf die Fragen nicht antworten. Immer halt Thema wechseln und damit die nicht gezwungen werden, diese Fragen zu beantworten. Weil wenn die diese Fragen beantworten, dann zerstört die ganze Schiitische Methab. Deswegen antworten die nie auf die Fragen. Er macht jetzt nochmal, also er wiederholt das nochmal. Er warnt jetzt die Menschen aus Ahl al-Sham und Ahl al-Masr und Saudia und Maghrib, Tunis, Jazeera alle jetzt. Ja Ahl al-Jazair, Ja Ahl al-Masr, Ja Ahl al-Sudan, Ja Ahl al-Sudan und Wallah al-Amr khatiyah. Sudan und dann sagt er, dies ist sehr sehr gefährliche Sache von den Schiiten, Schia. Ja diese Verbreitung des Schia ist sehr sehr gefährliche Sache. Wie eine Seuchte ist das, ja. Amma al-Iraqiun fuhum al-Amr wadih andu. Dann sagt er, aber Ahl al-Iraq, ja, da hat er auch vollkommen recht. Das ist bei uns klar, ja. Bei der Rafele, ja, dass die dort regieren jetzt, ist klar. Ja, was die mit Ahl al-Sham und Al-Jamaah gemacht haben seit 2003 bis jetzt. Die Menschen, die Ahl al-Sham und Al-Jamaah wurden auf deren Ausweichen geprüft. Ja, wenn die Umar hießen oder Uthman oder Abu Bakr wurden getötet. Und zwar mit Bohrmaschinen, liebe Geschwister. Mit Bohrmaschinen wurden die getötet. Ahl al-Sham und Al-Jamaah, genauso wie die Buddhisten das jetzt mit unseren Geschwistern in Borma machen. In Myanmar, liebe Geschwister. Und da seht ihr auch, die Schiiten sind alle leise, ja. Seit mehr als ein Jahr, mehr als ein Jahr oder zwei Jahre, die Buddhisten in Myanmar, in Borma, töten unsere Geschwister von Ahl al-Sham und Al-Jamaah. Oder die Muslime, sagen wir die Muslime. Die Muslime in Myanmar, ja. Wir haben nichts gesehen von den Schiiten, liebe Geschwister. Mehr als 10.000, 100.000 Menschen sind getötet in Myanmar. Kein Mux von den Schiiten, liebe Geschwister. Warum? Weil die von Ahl al-Sham und Al-Jamaah sind. Aber wenn ein Schiite in Saudi-Arabien in Gefangenheit gefangen genommen wird, weil er die Sahabe verflucht hat oder irgendwo in Kuwait oder Bahrain, da ist bei denen das Ende der Welt, ja. Kommen die mit allen möglichen Sachen, damit die sagen, guck mal, wie er gegen uns Unrecht tut. Und, ja, wenn ein einziger Schiite halt gefangen genommen wird, weil er die Sahabe beschimpft hat oder weil er schlecht über den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam oder die Ummah al-Mu'min gesprochen hat, ja, wird er gefangen genommen. Dann kommen alle Schiiten zusammen und sagen, ihr tut uns Unrecht. Ja, aber wenn Tausende Muslime von Ahl al-Sham und Al-Jamaah irgendwo getötet werden, wird kein Mux, sagen die kein Mux. Jetzt kommt der vierte Schritt. Jetzt kommt Intiqam. Intiqam heißt Rache nehmen jetzt. Als erstes war er halt, Hub al al-Bait, dann kommt Madlumiyat al al-Bait, dann kommt al-Tashkik, ja, die Strategie, ja, nachdem die Leute geheilt haben und halt geweint haben und jetzt diese, nachdem die Schiite diese Hass in denen geweckt haben, kommt die Strategie und der vierte Schritt ist, ja, jetzt, wie sollen die vorgehen gegen die Ahl-Sham und Al-Jamaah, ja, jetzt kommt der Gegenangriff, ja, Rache. Al-An, amalite ist Saar, und die Dfaouk. Und die bezahlen, natürlich, die Iran bezahlen, jährlich, miliönen und milliarden von Dollar, ja, damit die Schiite aktiv bleiben und damit die Schiite, haal, Dauwe machen überall, damit sie noch mehr Menschen zusammen trommeln, damit die irgendwann mal, äh, müssen wir in der Kirche, die Saudi-K originale, dann kommen wir in der Kirche, dann kommt die, äh, die, äh, die, äh, die Menschen, äh, 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 die Politische, äh, die Topf, äh, die Methoden, äh, äh, gegen Äh, die food und die Gemeinden. Und das haben wir, ja, gesehnein, in Bahrain, das haben wir, in Irak, in Kuwait, in die Huthien, in Yemen, in Saudi-Arabien, in Ägypten, weil Ägypten haben die keine Chance. Die Menschen sind so stark gegen die Raffida, die haben da keine Chance in Tunisien, in Maghreb, in Gesehr, in Libyen, in Schaala, die werden alle gejagd dort. Ich sage ihnen, Sie sehen, 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 Sie sehen. Dann ist es, dass Sieше in insignificanteren Yousseou nur Folk sim� Er sagt, dass sie Ihnen eine S exemplo für die Menschen, die Heilige Menschen, die es ihnen zu erwerben ist. Dass sie alle unter sich barmherzig sind, rechtschaffen sind, sich lieben für Allah. Jetzt kommen die Schiiten. Was sagen die? Nein, die sind gegeneinander. Die sagen, die Sahaba sind gegeneinander, sind Feinde. Die sagen, die Schiiten. Die Schiiten sagen, Allah hat Hass in deren Herzen gemacht, damit sie gegeneinander kämpfen. Dann sagt der Scheich Aror, dass die Sahaba, die miteinander gearbeitet haben, dass die Sahaba sind. Nein, die Schiiten sagen, nein, die waren gegeneinander. Lachz die Gmahl. Dann sagt der Kuck die Schönheit von Ehlers- und Gehen. Wir sehen, sagt der, Ehlers- und Gehen, dass der Islam komplett ist, wo Allah, T.B. sagt hat, اليوم äkmmeltu leikum dienaikum, ätmemtu عليكم nirmati, ورضيتu leikum الإسلام diena. Bei Kauly, T.A.L.E.W.A. اليوم äkmmeltu leikum dienaikum. Er sagt, nein, nicht nur bei der M4. Er sagt, nein, nicht nur bei der M4. Er sagt, aber dieser Rafez hier, nein, der Dien ist nicht komplett außer, also der Dien der Religion ist nicht komplett, auch wenn nicht diese 12 Imame hinzugefügt werden. Yani Ali, Hassan, Hussain und acht Zöhne von Hussain von seiner Piersischen Frau. Ja, dann sagt er, Dann sagt er, wo steht das im Koran? Natürlich steht das nirgends vom Koran. Liebe Geschwister, ja, das ist alles Bid'a, die Abdullah ibn Sabah, die Yahudi, halt diese Sekte gegründet hat, äh, gegen Islam, damit es den Islam von innen zerstört. Und dann, Ismail Safawi hat im Jahre 1500 halt, das nochmal erneuert, diese Sekte, in dem er halt versucht hat, mit dem zweiten König, mit dem Gabriel, der Zweite, der König von Portugal, äh, Mekke anzugreifen, aber, äh, Allah hat das natürlich nie zugelassen. Und der dritte, äh, Schlangenkopf dieser Sekte ist Khomeini, ja, und, dass Khomeini betrifft, inshallah ta'ala, machen wir einen extra Durs, was er über den Islam denkt, was er über den Sahaba denkt, was er über, äh, den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, denkt, inshallah ta'ala. Ich hoffe, dass, äh, ihr habt es verstanden, und, ich hoffe, dass er das auch halt, äh, mit, 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 wie soll ich das sagen, dass er das auch verbreitet, ja, diese Sekte, was denken die, was sind die Schritte für deren Da'wa. Ich hoffe, dass ihr das verstanden habt, und dass er das auch halt, verinnerlicht in euch, ja, dass unsere ersten Feinde sind diese Leute, liebe Geschwister, die Rafiullah. Barakallahu alaihi wa sallam, beim nächsten Mal machen wir inshallah ta'ala weiter. Assalamu alaihi wa barakatuh.